die angeblich sensationelle Quellen und atemberaubende Erkenntnisse anbieten, das dann aber nie tun, während Starlight hingeht und ein kleines Buch schreibt, in dem wirklich spannende Sachen sind, die auch teilweise wirklich neu sind, ohne da einen Riesenfass drum aufzumachen. Sehr sympathisch. Titel Drei kleine organisatorische Dinge von weg. Erstens, ja, der Mann heißt Starhell. Wenn Sie Videos von ihm suchen, und das würde ich Ihnen empfehlen, denn er kann gut vortragen, dann wird er meistens von englisch sprechenden Personen als Starl angekündigt, was die natürliche Aussprache zu sein scheint für einen Native Speaker. Aber er hat mal im Podcast gesagt, er freut sich, wenn Leute ihn Starhell aussprechen, weil es offensichtlich ein deutschstämmiger Name ist und das eben die richtige Aussprache ist. Also ursprünglichere Namen verändern sich ja auch. Und deswegen machen wir das. Starl, David Starhell. Zweitens, ich werde jetzt ganz oft das Wort Generale sagen. Und ich bin schon manches Mal gefragt worden, warum ich das tue. Es heißt doch Generäle. Der Duden sagt, beides ist richtig. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch keins davon veraltend oder veraltet. Ich finde Generale einfach schöner. Ich finde es so schöner, wie ich wegen des statt wegen dem schöner finde und Pizzen und Taxzen besser finde als Pizzas und Taxis. Reine Stilfrage, sehen Sie es mir nach bitte. Und der dritte Punkt ist relativ wichtig. Das Buch ist momentan nur auf Englisch erhältlich und auf Spanisch, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht auf Deutsch. Das heißt, ich bespreche jetzt für ein deutsches Publikum ein englisches Buch. Um die Lücke zu schließen zwischen denen, die Informationen hier haben möchten, über dieses Buch und was es sagt, dies aber nicht lesen können oder nicht möchten, habe ich die Zitate, die ich bringe, textlich in Englisch hinterlegt, damit die, die es lesen können und möchten, das auch tun können, so genau wie möglich, und habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ins Deutsch übersetzt und lese sie so vor. Ich hoffe, so kriege ich genau die Balance hin zwischen denen, die es auf Englisch lesen können und die, die es nicht können, aber eben trotzdem Wissen haben wollen und bin trotzdem noch ausreichend präzise. So, ich glaube, das war alles. Also, stürzen wir uns in das Buch. Stahel, Stahels Buch, beschäftigt sich mit einer sehr kleinen Gruppe von vier Panzergeneralen, die exemplarisch aus einer wesentlich größeren Gruppe rausgenommen wurden, nämlich aus der Generalität der Wehrmacht, beziehungsweise Generalität und Admiralität. Die hat nämlich immerhin, raten Sie mal, wie viele Leute ungefähr umfasst? 3.800. Wehrmacht hatte 3.800 General und Admirale. Was erstmal wahnsinnig viel klingt, aber wir reden hier über eine Armee, die insgesamt 18 Millionen Mann umfasst hat, dann relativ wird sich das schon wieder. So, und diese General und Admirale waren natürlich extrem verschieden. Es ist eine riesige Gruppe und das betont Stahel auch. Die war extrem divers. Nach Waffengattung geprägt, nach Rang, nach Aufgaben, nach Ort, nach der Zeit, in der sie eingesetzt wurden, nach persönlichen Prägungen, kulturell, sozial, religiös und so weiter und so fort. Stahel hat daher seine Arbeit nicht geschrieben, um die Generalität zu skizzieren oder anhand einer kleinen Gruppe die Generalität zu skizzieren, sondern er will nur die kleine Gruppe skizzieren. Er hat sich auf die Gruppe konzentriert, die die Führung der Panzertruppe an der Ostfront 41 war. Und das waren sechs Generale, die während Barbarossa Panzergruppen, beziehungsweise dann später sogenannt umbenannt Panzerarmeen, geführt haben. Panzergruppe 1 wurde von Generaloberst Ewald von Kleist geführt. General, Entschuldigung, Panzergruppe 2 wurde erst geführt von Generaloberst Heinz Guderian und dann in den letzten Wochen des Jahres als zweite Panzerarmee dann unter General der Panzertruppen Rudolf Schmidt. Panzergruppe 3 wurde zuerst geführt von Generaloberst Hermann Hoth und dann ab Oktober von General der Panzertruppen Georg Hans Reichert. Und die Panzergruppe 4 wurde geführt von Generaloberst Erich Höppner. So, das sind die sechs Männer, die mit eben zeitlichem Überschlag vier Panzergruppen-slash-Panzerarmeen geführt haben. Stahls Quellenbestand, das ist das Besondere an dieser Arbeit, der Quellenbestand für diese Arbeit ist die private Korrespondenz dieser Generale, und zwar in der Ereigniszeit. Und für Hoth und von Kleist ist diese nicht überliefert. Und damit schnurrt sich das Sample auf diese vier Gruppe vom Titelbild zusammen, Guderian Höppner, Reinhard Schmidt. Und damit untersucht er vier Männer aus diesen 3800, oder ein bisschen spezifischer schon noch, er untersucht vier Männer von 58, die den Rang des Generals der Panzertruppen oder noch höher erreicht haben. So. Und weil Stahl betont, dass die Briefe 41, und das auch begründet und analysiert, im Gegensatz zu vielen anderen Briefen der späteren Kriegsphase, also privaten Briefen der späteren Kriegsphase, wahrscheinlich ohne den Gedanken an die Nachwelt geschrieben wurden, also weder als Entschuldigung vor den alliierten Siegern, noch als Glorifizierung vor angenommenen Erben im dann großdeutschen Reich, weil sie ohne diesen Gedanken geschrieben wurden, ergibt sich auch das letzte Wort des Untertitels, nämlich Unguarded, also ungeschützt. Es geht nämlich primär um Briefe, die die Generale, diese vier Generale, an ihre Frauen geschickt haben. Und zwar im Schnitt alle fünf bis sechs Tage. So. Also. Vier Generale, ein halbes Jahr, deren Briefe an ihre Frauen. Und das Ergebnis sind vier Großkapitel. Kapitel 1 ist The Private Generals, also die privaten Generale, um fast 52 Seiten. Dann folgt The Public Generals, also die öffentlichen Generale, mit 44 Seiten. Dann folgen The Criminal Generals, das könnte man übersetzen mit die kriminellen Generale, passender für unseren Kontext ist die verbrecherischen Generale, mit 49 Seiten. Und am Ende The Military Generals, also die militärischen Generale, mit 36 Seiten. Vorneweg einmal zusammenfassen, ich glaube tatsächlich, dieses Buch bringt jedem und jeder neue Erkenntnisse, egal wie die Vorbildung ist. Vielleicht nicht jedes Kapitel, wenn man schon sehr im Thema drin ist, aber irgendwo findet jeder was Neues. Und gerade diejenigen unter uns, die erstmal als Hobbyleserinnen und Leser da rangehen, werden viel Neues finden. Alle vier Kapitel bringen spannende Erkenntnisse, die jeweils sehr fundiert erarbeitet wurden. Das ist halt wichtig. Stahl, Entschuldigung, Stahl, hat eine sehr gesunde Distanz zu seinen eigenen Quellen und wendet viel Mühe darauf auf, auf deren Probleme und Unzulänglichkeiten offen hinzuweisen. Er legt auch großen Wert darauf, dass die Erkenntnisse oder das, was er schreibt, zwar gut belegbar sind, aber erst mal nur für dieses kleine Sample. Alles, was daraus generalisierend, nö, Panentendet, also was daraus verallgemeinend abgeleitet wird, als prinzipielle Aussage, nennt er, wenn er es überhaupt mal macht, ausdrücklich Hypothese, die weiterer vergleichender Forschung bedarf. Also zum Beispiel, er sagt am Ende, dass eine gewisse, ähm, gewisse Verhaltensweise der Panzergenerale durch ihre besondere Rolle in der Öffentlichkeit begründet sein könnte. Und sagt dann ganz richtig, wenn man das wirklich behaupten will, muss man natürlich Infanteriegenerale oder Kaballerie oder auch Adlergenerale, da gab es damals auch noch, vergleichend hinzuziehen, um zu gucken, ob man irgendwie Verhaltensmuster erkennen kann. Man kann das als Hypothese aufstellen, als Annahme, aber es ist noch lange keine These. Das ist wichtig für das Buch, weil ich als Kritik bereits gehört habe, dass da hinginge und auf einer sehr schmalen Quellenbasis sehr große Aussagen verallgemeinert, das tut er nicht. Er sagt ziemlich spezifisch, was er belegen kann und er sagt, was daraus denkbar, ableitbar wäre und dann müsste man bitte forschen dazu. Und das ist genau die richtige Arbeitsweise. Ähm, Stich rum Forschung, auch sehr wichtig. Stahl hat die aktuelle Forschung zu Ostfront breit parat und baut sie immer und wieder, immer wieder ein. Und er stellt seine Arbeit damit erstens auf ein solides, inhaltliches Fundament und zeigt gleichzeitig, dass er seine Arbeit auch nur als einen weiteren Baustein der Forschung begreift, also nur hier im besten Sinne. Denn das Buch ist wirklich der Gegenentwurf zu diesen ganzen Blockbuster-Geschichtsbüchern, die immer wieder in der Presse und den Medien auftauchen, die angeblich sensationelle Quellen und atemberaubende Erkenntnisse anbieten, das dann aber nie tun, während es da halt hingeht und ein kleines Buch schreibt, in dem wirklich spannende Sachen sind, die auch teilweise wirklich neu sind, ohne da einen Riesenfass drum aufzumachen, sehr sympathisch. Die gesamte Methodik, woher kommen die Quellen, wie werden sie bearbeitet, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, was kann man daraus ableiten? Die gesamte Methodik ist nachvollziehbar erklärt und das ganze Buch ist trotz Quellensättigung und trotz Forschungseinbindung immer gut lesbar. Es macht Spaß, das wegzulesen, das ist ein wichtiger Punkt, damit man ein Buch bewältigt. Das ist nicht nur einfach schön, sondern das ist auch ein handwerklich guter Punkt. Es ist trotz großer Informationssicht sehr gut lesbar und es ist nie akademisch trocken und es ist auch nicht hochgestochen, kompliziert und versteckt sich hinter Fremdworten. Das ist alles sehr gut. So, gehen wir mal kurz die Kapitel durch. Im Kapitel The Private Generals wird sofort deutlich, warum diese Briefe eine starke Quelle sind, wenn, wie gesagt, auch nur für eine kleine Gruppe. Denn in ihnen wird unheimlich viel deutlich über die Innenwelt dieser vier Generale. In den Brief an ihre Frauen lassen die vier Männer nämlich von Monat zu Monat mehr die Maske des unnahbaren, selbstsicheren Panzergenerals fallen. Wo die herkommt, wird im nächsten Kapitel erklärt. Und spätestens im November, Dezember sind diese Generale teils psychologisch, teils physiologisch, teils beides einfach am Ende. Sie schreiben offen in diesen Wochen und Monaten, wie sie unter der Last des Stresses, der Verantwortung, des Drucks, der Belastungen, der Verluste, auch der Trennung von ihren Frauen fast zusammenbrechen. Sie beschreiben offen innere Konflikte, Zweifel, Aufruhr, Leiden, alles Dinge, die bei der öffentlichen Figur Panzergeneral bei allen vier undenkbar waren und die daher wirklich wichtige belegte neue Erkenntnisse sind. Das ist sehr schön. Das ist jetzt nicht Hurra, wir haben eine neue Tere gefunden. Das hätte man sich auch denken können. Natürlich, das sind ja ganz normale Männer. Was da geht eben hin und hat die Quellen und beschreibt das wunderbar. Und er bringt am Ende des Kapitels eine wichtige Einschränkung, die die Qualität des Buches wieder erkennen lässt. Denn er unterstreicht, Zitat, auch wenn ihr Leiden auf einer persönlichen Ebene ein wichtiger Hinweis darauf ist, wie sie die Ereignisse erlebten und in welcher Geistesverfassung sie sich befanden, so blieben die Panzergenerale doch sowohl wesentliche Initiatoren des Krieges im Osten als auch Verstrecker von Deutschlands mörderischer Politik, die wir in Kapitel 4 betrachten werden. Daher sollten die Briefe der Generale und das Narrativ ihrer Opferrolle, die sich darin bietet, manchmal wiederfinden, nicht mit der direkten Verantwortung verwechselt werden, die sie für das unermessliche Leiden und Sterben 1941 hatten. Stahl zeigt in diesem Kapitel also hochspannende menschliche Facetten, die uns Mitgefühl abbringen können und dürfen und sollten, aber dieses neue Mitgefühl darf uns nicht vergessen lassen, dass diese Generale währenddessen verantwortliche Akteure in diesem Vernichtungsrieg. Das Kapitel über die Public Generals, also die öffentlichen Generale, ist ebenfalls hochinteressant, aber hier weniger aus einer emotionalen Perspektive als aus einer sozialhistorischen. Es geht darum, welches Image die Generale von sich erzeugen wollten, wie sie das gemacht haben, wie sie es für ihr Vorankommen in der Wehrmacht und im NS-Staat einsetzen und warum das alles so wichtig war. Spätestens mit dem Erreichen der Ebene der Generale wird der Offizierberuf politisch, ob sie es wollen oder nicht und die Panzergenerale spielten im Nationalsozialismus eine besondere Rolle. Der charismatisch wirkende, wie magnetisch mitziehende General, der vorne führt, ist an sich schon ein Überzeugungskonstrukt, das auch im Ersten Weltkrieg und im Kaiserreich und davor schon immer wieder Interesse auf sich gezogen hat. Im NS, mit seinem Fokus auf den Willen, diesen berühmten Triumph des Willens einerseits und das Führerprinzip andererseits, gilt das alles aber noch viel mehr. Klar, das war nichts Neues, aber wie Stahl an aller Stelle richtig schreibt, wird es radikalisiert. Er sagt, nevertheless, the concept of Siegeswille was radicalized markedly under National Socialism. Willensstärke wurde massiv ins Zentrum der Tugenden gerückt und war zu Kriegsausbruch die Leittugend des Offiziers, also den Sieg zu wollen, noch vor allen anderen Tugenden. Ein starker Siegeswille sollte so ziemlich alle schlechten Faktoren auf dem Schlachtfeld ausgleichen können. Und nochmal, das gab es auch schon im Kaiserreich. Das habe ich tatsächlich in meinem eigenen Buch über den Ersten Weltkrieg genauso schon diskutiert, aber hier wird es alles auf elf gedreht sozusagen. Und Panzergenerale schienen dieses Prinzip besonders zu symbolisieren, weil sie eben aus dieser modernen, mobilen, hochdynamischen Panzerwaffe, Waffengattung kamen. Und sie waren daher besonders in den Starkult der NSDAP integriert, denn die NSDAP, der Nationalsozialismus als solcher, wollte ja Stars, wollte Helden bauen. und das haben sie mit den Panzergeneralen auch gemacht und die bekamen dann jede Menge Fanpost. Also wirklich Fanpost, nur wenig ist davon erhalten, aber sie wurde beantwortet. Die hatten zum Beispiel, hatten die Panzergenerale Autogrammkarten, die sie dann unterschrieben zurückschickten. Guderian tat das übrigens nur widerwillig aus, die rechnet Guderian, aber auch er tat es. Und die öffentliche Person eines Panzergenerals wurde von ganz vielen Aspekten bestimmen. So beschreibt Stahl zum Beispiel, wer welche Spitznamen, warum bekam und wie. und wie verschiedene Führungsstile dabei eine Rolle spielten. Bis hin zur Frage, mit wem die Generale zum Mittagessen gegessen haben oder welche Orden sie bekommen haben. Das war sowohl für die Soldaten in der Wehrmacht wichtig, die sich mit ihren Generalen identifizierten und wetteiferten, wer unter wem diente, als auch für die breite Öffentlichkeit, die eben diese Generale als Stars betrachtete. Es hat so ein bisschen was von Panini-Sammelbild oder ein bisschen kätzerisch gesagt fast von Pokémon-Karten. Die Generale selber trugen auch aktiv dazu bei. Guderian und Höppner ließen sich exzessiv fotografieren durch ihre Propagandakompanien. Reinhard und Schmidt im untersuchten Zeitraum nicht so sehr. Aber das lag vermutlich daran, dass die Propagandakompanien auf Armee-Ebene aufgehängt sind, also auf Ebene einer Panzergruppe. Und wir erinnern uns, beide sind ja erst später dazugekommen. Also Oktober und Dezember 41 und 41 endet das Buch. Höchstes Ziel war ohnehin neben der namentlichen Erwähnung im Wehrmachtbericht, das war eine der großen Ehren, auf die man abbezielt hat, das Auftreten in der Wochenschau. Und das hat von den Vieren Nuguderian wirklich gemeistert. Der kommt öfter in der Wochenschau vor. Und damit wird er auch der generische Panzergeneral der Ostfront. Er wird der Panzergeneral der Ostfront, weil er mit Bild und Habitus, also wirklich mit visuellem Bild, die Marken setzt, wie ein Panzergeneral der Ostfront zu sein habe. Daher kommt zu guten Teilen sein späterer Ruhm. Und nur um das nochmal klar zu sagen, ja, natürlich gab es ähnliche Mechanismen auch in anderen Armeen. Gerade in der US Armed Forces, also in der US Armee, gab es auch sehr gute Selbstdarsteller, die an ihrem Public Image sehr gearbeitet haben. Aber im NS war es extrem. Warum? Weil öffentliches Ansehen im dynamischen und oftmals regellosen NS-Staat eine besonders harte Währung waren, eine konkrete Währung waren. Es gibt so eine Schichtenlehre für den Nationalsozialismus, wo die Elitengruppen mal auseinander dividiert wurden. Und die oberste Schicht, die High Society des NS, umfasste ungefähr 200 Personen. Dazu gehörten die Panzergenerale eher nicht, außer vielleicht teilweise Rommel und Gederian. Das ist so ein bisschen durchlässig, das System. Sie gehörten aber mindestens zur zweiten Ebene, die rund 600 bis 800 Leute umfasste. Und um sich in dieser Sphäre halten zu können, war das öffentliche Ansinnen extrem wichtig und die Panzergenerale wussten das. Zitat Zitat Ende. Im Kapitel The Criminal Generals werden die Briefe noch mal kritisch diskutiert. Warum? In den Briefen werden Verbrechen kaum erwähnt, aber offenkundig nicht aus Geheimhaltung. Denn die Generale, und das ist auch eine spannende Erkenntnis für sich, haben schamlos alle Regeln gebrochen, die für die Geheimhaltung in Feldpost galten. Die haben freimütig geredet über operative Aspekte, Planung, Verbände, Orte, Personen. Also all das, was der einfache Soldat überhaupt nicht durfte und offizierisch schon erst recht nicht, wo sie am meisten von wussten und im Zentrum der Aufklärung standen, davon haben sie am meisten geschrieben und einfach abgeschickt. Das ist schon interessant genug. Auf jeden Fall. Sie haben über alles geschrieben, aber die Verbrechen werden praktisch nicht erwähnt. Und damit wird das Kapitel zu einer Art Schattenriss. Denn Stahel greift auch die Forschung zurück und beschreibt sehr genau, was die Generale eben alles nicht nach Hause schrieben. Der Hass auf den Kommunismus und die Ablehnung des Ostens als Kulturraum verband die Panzergenerale einerseits weltanschaulich mit der NS. Die Kultur, der Härte und die Gnadenlosigkeit des Preußes deutschen Militärs passten andererseits sehr genau zu NS-Szenen und Werten. Das passt also sehr genau zusammen. Und in keinem der privaten ungeschützten Briefe gibt es deswegen Zweifel. Es gibt keinen Disput, keinen Ringen mit sich selbst, mit den Verbrechen und den Morden. Auch nicht mit den Nöten der besitzten Menschen, der Gebiete, Hunger, Diebstähle, Plünderungen, alles das ist völlig egal. Aber die Generale hatten ihren Anteil an den Verbrechen. Guderian und Höppner beispielsweise haben reichen aus berüchtigten Befehl bei Partisanenaktivität nicht nur einfach Verdächtige zu erschießen sondern auch gleich noch die Zivilbevölkerung in dem Gebiet mit einzubeziehen und zu erschießen als ihre eigenen nochmal herausgegeben. Stahl referiert auch die Forschung von Felix Römer, der gezeigt hat, dass Panzergruppen in Barbarossa den Kommissarbefehl in einem besonders hohen Maße umgesetzt haben. Aber neben so strukturellen Sachen fehlen auch konkrete Beispiele nicht. Höppner hat beispielsweise, das fand ich auch irre, hat bei der Heeresgruppe Nord um die Erlaubnis gebeten, Blaukreuz, also Giftgas, in die Wälder schießen zu dürfen um Partisanen zu bekämpfen, weil das schneller ginge. Also Giftgaseinsatz gegen Zivilisten slash Partisanen slash angenommen Partisanen. Das muss man sich mal vorstellen, das wird ihm untersagt. Man muss schon sehr weit vorne sein mit seinen Ideen, damit man im Vernichtungskrieg des Nationalsozialismus eine Idee nicht genehmigt bekommt. Und Reinhardt hat einmal rund 4000 Zivilisten eine Region vom SD nach Auschwitz bringen lassen und dort umbringen lassen, da in der Region, wo sie lebten, Partisanenaktivität vermutet wurde. Ja, also das sind ganz konkrete Beispiele. Alle vier hatten nichts gegen die zunehmende Gnadenlosigkeit der deutschen Vergeltung in diesen sogenannten Bandenkriegen, ebenso wenig wie gegen die planmäßige Ermordung von Juden und Jüdinnen. Zitat Nochmal, in keinem privaten, ungeschützten Briefe, in denen die Panzergenerale sonst bei ihren Frauen ihre privaten Sorgen und Nöte und ihr Ringen klagen, gibt es Zweifel oder Ringen mit den Verbrechen und den Morden und der Not, das in ihrem direkten Wirkungsbereich stattfindet und damit toleriert und oder sogar von ihnen befohlen wurde. Wichtige Erkenntnis. Und auch das Kapitel Military Journalist bringt ob des besonderen Quellenkorpus noch neue Erkenntnisse. Die Briefe sind dabei nur wenig aussagefähig, wenn es um operative Fragen geht, aber sie sind reiche Quellen, für den militärischen Habitus und das Selbstbild und die Frage, inwieweit das handlungsleitend war. Stahl beschreibt eingangs, wie Individualismus und Fokussierung auf Angriff bei der preußisch-deutschen Generalität grundsätzlich bestimmende Merkmale waren schon vorher und dann nochmal mehr geworden sind im NS. Und viele Probleme, die die Wehrmacht damit hatte und speziell mit ihren Panzergeneralen dann haben würde, waren eben strukturell schon lange vor dem Nationalsozialismus angegriffen. Hohe deutsche Offiziere forderten beispielsweise seit jeher, also auf jeden Fall für die gesamte Neuzeit große Autonomie. Die Panzergenerale haben das dann aber ins Extrem getrieben. Die haben ständig Sachen ohne Abstimmung gemacht oder sogar gegen ausdrückliche Befehle gehandelt und diese Denkweise, die sich bei den Panzergeneralen nun um besonders große Aggressionen, um besonders hohe Autonomie, um besonders starken Individualismus dreht, engt die Panzergenerale ihrerseits aber im operativen Denken wieder ein. Und das ist schon ein Problem und es kommt noch eins dazu. Die im oben beschriebenen Kapitel über die Public Generals skizzierten Mechanismen des NS-Staates haben auch ihren Einfluss. Weil sie eben nicht nur durch militärische Prägungen zu immer neuen Angriffen gedrängt sind, sondern das Streben nach Reputation und persönlicher Anerkennung, nach persönlicher Anerkennung für den Aufstieg im NS-Staat auch nochmal das Ganze verstärkt, haben sie bald kaum noch irgendwas anderes als ständigen Angriff in ihrem Werkzeugkasten. Zitat Das unauflösliche Dilemma für die Panzergenerale war, dass es einerseits immer den Druck für kontinuierliche Gewinne gab, den Zwang in der Offensive zu bleiben, was die Panzergenerale dazu nötigte, auch unter suboptimalen Bedingungen anzugreifen. Andererseits resultierte ein Frontalangriff auf die sowjetischen Defensivstellungen ohne ausreichende Unterstützung in schweren Verlusten. Aber in der Denkweise der Panzergenerale war dieses Dilemma eigentlich dann doch wieder keines, weil in ihren Augen Problem und Lösungen ein und dieselbe Sache waren. Das berühmte Hammer-Nagel-Problem. Der Angriff war immer das kleinere Übel in ihrer Sicht, weil er versprach, eine potenzielle, noch größere Katastrophe an der Ostfront abwenden zu können. Und so formte sich ein Automatismus, der, wie gesagt, den Werkzeugkasten sehr beschränkte. Und das auch gegen schlechte Zeichen angegriffen wurde, wurde durch die Tatsache gefördert, dass Kühnheit und Wagemut in der Wehrmacht und der NS-Ideologie Anerkennung und Popularität bedeuteten, selbst wenn es Blut kostete, selbst wenn der Angriff scheiterte. Also sogar erfolglose Angriffe mit hohen Verlusten konnten Reputationsgewinne bedeuten. Es zeigt sich auch, dass die Sicht dieser Spezialisten auf das Kriegsgeschehen der Ostfront sehr eingeschränkt war. Die Panzergenerale ignorieren oft die strategischen Zusammenhänge und meckern, wenn ihre operativen Wünsche nicht erfüllt werden oder ihre Pläne nicht angenommen werden. Ihre Wut und ihre Enttäuschung sind spürbar und wortreich artikuliert, wenn Entscheidungen gegen ihre Pläne fällen, weil dann die möglichen Reputationsgewinne wegfehlen und das eigene Fortkommen damit bedroht. Da steht wirklich in ganz vielen Beispielen drin, ich bin abgezogen worden vom Vormarsch auf Leningrad, damit entgeht mir die Möglichkeit, den Ruhm für das Erobern von Leningrad zu gewinnen. Das steht da ausdrücklich drin. Und weil eben in so einer großen Organisation ständig auch Entscheidungen gegen diese Männer gefallen sind, beschreiben sie immer wieder, wie sie damit oder darüber mit ihren Vorgesetzten aneinander geraten und wie diese falschen Ansichten haben und wie sie ihnen zu wenig Material geben und zu wenig Personal und zu wenig Unterstützung. Und sie schreiben ausführlich darüber, das ist wirklich auch einfach ein bisschen witzig zu lesen, weil es so banal scheint, wer wen wann über das Telefon angebrüllt hat, wer wen zu sich zitiert hat, wer eine Besprechung Wut in Brand verlassen hat, wie jener Streit ausgerungen ist, wer welchen Befehl verweigert hat. Schuld sind aber auf jeden Fall immer alle anderen. Die Panzergenerale weisen jede Schuld für Niederlagen zurück, indem sie immer auf andere zeigen, die nicht aggressiv genug waren oder nicht willenstark genug waren. Und gleichzeitig beschweren sie sich die ganze Zeit kontinuierlich über mangelnde Anerkennung. Sie sehen sich als das wichtigste Werkzeug und immer als das Zentrum der Ostfront mit den schwersten Aufgaben und der geringsten Wertschätzung. Und weil sie aber gar keine Übersicht über die gesamte Frontlage haben, beziehungsweise die Fronten nicht analysieren und sich auch nie wirklich fragen, ob es vielleicht Sinn ergibt, dass ihnen mal Kräfte entzogen werden oder dass die wirklich vielleicht woanders wichtig gebraucht werden, sind sie dann Ende 1941 überrascht, dass die Wehrmacht komplett ausgebrannt vor Moskau liegen bleibt und weisen jede Schuld von sich. Zitat Obwohl sie während der fünfeinhalb Monate der deutschen Offensive einen großen Grad an Unabhängigkeit genossen hatten, jeden Übergriff auf ihre Autorität abgewährt hatten und sich ein Rennen darum geliefert hatten, die Ersten zu sein für den erwarteten Ruhm, haben die Panzergenerale dann jede Verantwortung für die Situation von sich gewesen. So, Fazit. Nachdem ich mich ja letzten Monat ziemlich aufregen musste über ein Buch, kann ich jetzt sagen, kaufen Sie es, kaufen Sie dieses Buch. Das gesamte Buch enthält interessante Erkenntnisse, die verständlich und gut präsentiert aufbereitet werden. Im Kapitel der Private Generals tritt die menschliche und die verletzliche Seite der Panzergenerale hervor, ohne dass das Buch ihre Rolle relativiert oder sie banalisiert wird. Im Kapitel der Public Generals wird spannend herausgearbeitet, wie sehr die Panzergenerale aktiv an ihrem Außenbild gearbeitet haben und wie und warum sie das so wichtig nahmen und eingesetzt haben. Im Kapitel der Criminal Generals wird ein nüchtern klar, wie sehr die Panzergenerale in die verschiedenen Verbrechen eingebunden waren und sie nicht nur geduldet, sondern auch aktiv befördert haben. Und im Kapitel Military Generals ist faszinierend zu lesen, wie fast banal die Machtkämpfe an der Spitze der Wehrmacht waren und wie und warum die Panzergenerale mit Scheuklappen auf ihre Front geblickt haben. Und das ist wirklich ziemlich viel gewichtiger Inhalt für ein relativ schmales Buch mit 300 Seiten. Und weil das Buch ja auch noch wissenschaftlich sauber arbeitet, können Sie danach, wenn Sie möchten, noch die Bibliografie durchforsten und direkt mit den Themen weiterlesen, die Sie interessieren. Was will man mehr? Dankeschön.